Okay, auch wenn du einmal TvP, ich bin der Hassi jetzt nicht sagen. Ach so. Ja, ist halt ein Maxwell-Event mit drin, du musst einmal Blitz spielen oder... Ja, ich hab ja auch... Ja... Einmal? Und dann hast du schon? Wenn du einmal eine Runde gewinnst, also muss aber Blitz, Panzebomb oder Capture sein. Ja, also nicht jede gegen wen oder sowas. Ja, genau. Du hast es nicht, das habe ich gelesen. Nur einmal gewinnen, dann kriegst du die schon mal für 10 Tage. Wenn du irgendwie über das Wochenende 26 Mal das schaffst, dann kriegst du die schon für 40 Tage. Das ist ja eigentlich auch nicht so... Das geht ja eigentlich auch recht schnell. Ja. 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 Der 60, da kannst du auch einen Schalldämpfer aufmachen und trotzdem eine Einschusswaffe. Der 60, da kannst du auch einen Schalldämpfer aufmachen, da kannst du trotzdem alle mit einem Schuh vor. Da kannst du auch einen Schalldämpfer aufmachen und dann auch noch diesen blöden... Was? Ich bin von dem Stein auf den Laster, hab mich schon an dieser Kiste hochgezogen, stand ich auch irgendwie neben dem Laster. Oh, ich bin ein Schalldämpfer. Hä? Oh, mega. Oh, ich bin ein Schalldämpfer. Selbst bei den Russen auf dem Test-Server kannst du... Voll leise. Hier ist Special Operations. Leide? Leise und dumm, selbst wenn du was sagst. Aber das ist lustig. Wir sind halt ein bisschen auch die Keeper, also ein bisschen zusammen. Ich hab ein Stork am Nacken. Ich hab ein Stork am Nacken. Oh, so... ...und... 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 Aber dass die selber die so ne Special Mission hingekriegt haben wie Spearhead oder wie Marathon, das hab ich nie verstanden. Hm. ...und... 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 ...da hatten die Entwickler wohl. Oh, ich störe ein Stück fallen. Ich hab auch ein bisschen mehr Ahnung an sich, ich hätte kein gemacht mit dem Garten hier. Au! Was? Ich bin sowieso die beste... ...beste Mission. Bin ich auch. Aber das... ...bei Marathon merkst du aber auch, dass das nicht von Crytek ist, ne? Wir haben ja drei verschiedene Entwickler... ...oder drei verschiedene Leute die Karten gemacht. Die ein Team hat wohl irgendwie... ...Jetzt Beer hätt das hier gemacht, einen anderen... ...jemand anders hat irgendwie... ...Ambush gemacht und Zenith hat auch jemand anders gemacht. Ich mein, die haben sich bestimmt abgesprochen, was sie machen, aber das haben die schon ganz gut gemacht eigentlich. Doch, gleich knapp. Chack! 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 Da hängen doch noch mal an der Wand. Ich hab uns ja gar nicht gesehen da unten. Ich war also bei Ambos, dass das neu war. 5 Max-Level im Raum und die haben das nicht geschafft. Was? 5 Max-Level waren dann im Raum und haben versucht Ambush zu schaffen und die haben es nicht hinbekommen. Hab ich schon so oft erlebt. Ich hab ja Mr. S gleich gedrängt. Ich sagte, komm mal auf, lass uns bloß irgendwie ein paar Leute suchen und dann gleich Ambush üben. Wenn wir es nicht schaffen, scheißegal, aber wir können es wenigstens üben. Und überhaupt gleich beim allerersten Mal geschafft, da musste ich so lachen. Pass auf, hier haben wir schon ein bisschen eine Miene. Ja, ja. Ach, mein Rocket Launcher. Wer öffnet den Hut? Nee, ich, nicht, 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 nicht. Ach, warum habt ihr denn immer den... In der Tätigkeit? Was? Der Rocket Launcher respond, wenn man nur einen mal schießt. Ja, die Runde da rum nehm ich meine. Am Anfang. Eigentlich für mich, weil ich ja nie die Aufgabe machen muss. Ohne Scheiße. Aber du hast doch, du hast doch, oder? Nee, hab ich nicht, das ist ein Problem. Ich hab eigentlich am Anfang nie eines, deswegen hab ich jetzt echt nur auf Reflex genommen. Ja, die Gunner. Die Gunner. Ich hab auch eine genommen, ich weiß gar nicht warum, das war nur aus Reflex, nimm sonst eigentlich keine. Normalerweise vermittelt, wenn jetzt nachher die nächste Runde der Dings kommt, der Heli, dann hab ich keinen Bock mit Lauter. Dann machen wir das, müssen wir dann machen. Dann warst du zu langsam. Nee. Ich mach das alleine schon nicht, weil ich kann mich noch gerne machen. Ganz genau dran erinnern, Großkotz Doktor EA, die sagen, keine Rockets nehmen und hier hochlaufen. Ja, nee, alles gut und so. Und was ist? Der ist dran mit Smoke schmeißen, anstatt ne Smoke schießt er gegen Generato mit einer Rakete. Alle fünf tot. Ja, da war ich dabei glücklich. Da war er auch still. Da gab es mal fünf Minuten Stille, Alter. Ich weiß wohin, ne? So was was. Das war. Oh. Ja, das war voll. Ach, scheiße. Ah, der hat das nicht. Ja, der hat das nicht geglisch geworden. Hey! Okay. Geht ein Einzelner mit nichts. Habt ihr gehört? Geht ein Einzelner. Da ist noch ein Einzelner hier. Komm weg hier. Hau ab. Willst du rennen? Wer kommt noch hin? Ja, ich bin schon kurz. Pass auf, hier haben geschütztes eine Miene. Warte. Achso. Ja, ich hab die Tournament Schuhe an. Wahrscheinlich sogar besser, wenn er geht. Echt, wie ist diese Tournament Schuhe? Trag sie eben, ich weiß gar nicht, wie oft ich den Leuten das schon gesagt habe. Wenn da Fässer sind, nicht über die Bucke gehen. Wenn Fässer da stehen, ist immer eine Miene da. Immer und immer wieder. Ich hab's nachher aufgegeben. Aber das ist mir vor kurzem auch mal wieder passiert sogar, ne? Ja, ich mein, das ist jeden mal passiert oder so. Ich hab's ja auch nur rausgekriegt dadurch, dass ich da mal rüber gelaufen bin. Dann ist einer am Geschütz, ne? Und dann laufst du noch hin, ne? 2 Sekunden vorher und einem in dem Moment läuft er rein. Ich hab mir das auch gleich gemerkt, weil ich das gehasst habe im Miene rein zu laufen. Was? Was ist das, was ich gemacht habe? Da ist übrigens Sonnenmine da weggelegt. Ja, ja. Wir unterstützen sie? Ja. Oder hat jemand von euch da geplantet? Wie geht's das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Woff? Woff! Wihm. Woff! 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 Oh ja, oh ja. Oh, ich bin gleich ein paar Pups. Ja, da haben wir noch was wie Kohle. Ich muss nichts damit anfangen. Boah, ich konnte sie immer langer Weile hängen, dafür keine Gegner, ich gehe hier Ne, mein ist so, nachher zum Schluss Oh, jetzt sind wir mit Ruhe hier Du bist der beste Spot Ich mach den Spot nicht, also nicht als Sniper eigentlich Weil wenn das Spiel irgendwie mal ordentlich ist oder so, dann ist das echt gefährlich hier oben Ja, stimmt, ja Weil immer der Typ an der Tür da drinnen, hier unten Der kommt nämlich nicht raus, den siehst du nur ganz wenig und schießt dich aber permanent an Ja, stimmt, genau, du piegert der Kunstdaume ab Ja, Cutter ist da auch mal an der Stelle gewesen Ja, Mann, Cutter, Kacke, weh, 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 weh Weil der Platz ist halt auch ganz gut für Welle 6 Mh Hat schon mal einer loslaufen Okay, ich schaum das Oh, scheiß Ah, scheiß overlay, Mensch, das leidend Hab ich ausgeschaltet Ja, das geht voll an Ja, das geht voll an Ja, das geht voll an Weil, echt, geht immer an Special Operation bei mir immer Ja Selbst wenn ich auf dem Desktop gehe und wieder ein Spiel reinkomm Bob, geht das Ding plötzlich wieder von alleine an Obwohl das ausgeschaltet war am Anfang Das hat mich total genervt Ist ja auch doof, ne? Ja Genau Du kannst ja auch da drauf gehen Ja Ja, in der Tat Ach, jetzt kommt die Bilderwelle Na, irgendwo noch ein Bob drin? Irgendwo noch Frank? Ja, ja Oh, ich will schneller Das ist zwar langsam Ach, wir sind los Ah, ja, was ist denn? Oh, war ich jetzt so schön, als kann ich auch keine Schill hier sein. Boah! Oh, das ist ein Schiller auf mir. Okay. Intens. Nein! Das ist ja immer wenn du mal die Gangstöcke hast. Was? Nö, äh, reparieren. Mal reparieren, ne. Ah, ne. Nö, so, runter. Das war aber gerade noch, keine Idee. Ja. Das gibt's halt auch gerade einen Schein. Da geh ich weg und schieß den Launcher ab, oder? Reparieren und holt doch. Da muss ich nicht mehr sprechen. Ey. Prost, ach genau. Nein! Ich glaube, dass du direkt sie... Oder? Ja, ja, los, 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 los. Was ist passiert? Prost, ja. Ja. Aufgabe, ne? Ja! Ah, ich brauche es. Ja. Nach dem Fall geht es besser auf zwei Ladungen. Kommt da, alles leer schon hier? Ja, logo. Ein Geschütz besetzt. Ja, ich renne nur nach hinten. Mein Schilder halt. Und noch einer. Ist wieder gebacken hier. Ach so, ist wieder... Ob die Kasse da... Ich glaube, er war noch dran, oder? Wo war das dran? Oh, ne, du noch. Boah, da muss noch mal einer herkommen, die Aufgabe ist hier oben. Ach so, okay. Der Heli abschießt raus, ne? Ne, liegt hier oben wahrscheinlich nicht. Mach das hier mal von euch was? Ja, ich bin da. Ach, jetzt schießt das Geschütz permanent, obwohl da gar keiner hat. Mhm. Was kann ich... Was muss man machen, oder nicht machen, damit es nicht gebacken ist? Äh, gebacken? Ach so, das stinkt. Ist das Geschütz, oder was? Ja? Wir sind hier, oder? Ah, von was wird denn der getroffen hier? Hä? Denk auch ganz schön Irgendwo ein Sniper sein oder was? Der wird aber nicht permanent Manchmal sitzt hinten im Wald oder so Sag mal, mal reparieren Ich geh jetzt hoch, ich geh jetzt hoch und guck wo alles geht Ah, ich seh schon Es muss irgendwo ein Sniper sein, ne? Hey, da ist ein Sniper da drauf geschaffen Ja, haben wir auch wieder Ja Da sieht man oft ganz bloß Käppchen oder so Oder ganz da hinten im Wald, ne? Das ist wahrscheinlich was der Ich hab mich da auch dran gewöhnt, früher haben die das nicht gemacht Oh, weg Da hab ich eben auch Da war auch eben halt ein Peterbörner weg Bleh Bleh Dann war schon die Kisten So, nun kommt er wieder Verriert Kommt Welle 6 Der herkommt So, so Moment mal Launcher Halle weg wieder So Oh Oh Wuuuup Wee? HÄ? Das ist mehrkopf zu erkennen HÄ? Das ist die GmbH-Karte Sönigungujer, aber keiner landet jetzt So, wir haben sogar einen Ding gesteck geflogen Aber So braucht keiner da? Ich geh nichts weiter climate Sammeln wir haben, genau Oh, komm jetzt hoch zu euch. Ich weiß nicht, ich hab's geschützt. Oh, nein. Woah. Fuck. Ah, fuck. Oh, fuck. Ich hab alle Schüpfle mal. Meine zu인ah! Gerne! Komm schon! Oh, hier ist die Mann! Ich bin der Mann! Nein, ich bin der Mann! Geht mal total! Soll ich sie überhaupt noch hochlassen, die Runde, oder? Also... Nur das... Nee, brauchst du nicht mehr, ey. Oder? Was? Eigentlich brauchst du nicht mehr, ey. Ich mach dir etwas. Was ist Schlag vor allem? Die Größe sind zeiget retypen. Was ist das? Ja, das war dann auch noch mehr. Ja, das war der Grund. Nein, nein, nein! Ich bin ein Koffer. Ich bin ein Koffer. Ich bin ein Koffer. Oh, das ist schön. Wo sind die ganzen Bots? Ja, ich hab hier auch keine Puis. Ist halt! Mein Bot! Meiner! Meiner! Ich schieße! Mann! Da unten! Ich bin hier. Oh! 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 Ah, chill! Da ist einer! Ich hier! Nein! 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 ABM! Allgemeine Bot, meine Lieben! Ja! Oh! 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 Ich bin noch gestürmt hier unterwegs. Das war der letzte. Der letzte hat mich gequält. Unfassbar. Unfucking fassbar. Mit diesem Apparat kann ich meinen kleinen Test auf Marco Vettel aufzacke, auf dem Allermals aufstehen! Ja! 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 Oh! 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 Komm! Doch! Komm hier! Gut dass diese Truhe hier ist! Take-off! Ne? Ja! Ja! Obwohl diese Truhe es zusätzlich stecken sovusel! Was ist das? Was ist das? What now? Holy crap! Oh, viele da mal gleich stehen! Ah ja, Lobo! Vielleicht nicht mehr mit dem... Was ist das? Was ist das? Oh, das ist das! Was ist das? Keine Ahnung, sie ist wie verrückt Was ist das? Ach, was ist das? Hä? Haben wir nen Headshot bekommen? Ja! Ja! Nehmen wir halt mal einen Winzen, da ist schon wieder eine... Boah! Sind aber echt crazy grad, muss ich sagen, ey! Das war's! Was ist das stimmt? Nein! Das war's! Ja! Ja! Halt noch ein Äh, so, was ich jetzt nicht so? Okay, wie geht es denn auf die Platten fahren? 1 und oder nur 1 3 4 bibel Oh 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 Das schaff ich da hinten nicht hin Was, schaffst nicht? Alles klar, du Eja, warte, warte, warte Kackst du? Ja, das schaff ich Das ist ein Marathon, glaube ich Let's move on The real real Marathon 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 Ah Ziemlich Das ist ein Marathon Die Kachelik Das ist ein Marathon Ich füge so um die Ecke und laufe gerechte Patzer so entgegen UCH! Ich habe völlig nicht drauf geahnt Scheiße Nein! 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 C4 hat nicht geklappt, war zu spät da Dauert voll lange Oh, was falsch ist er Soll ich koin? Ne, brauchst du nicht, oder? Fuck das Ja 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 Okay, bleib mal stehen, ich komm. Hm? Ach so. Ja, hab ich ja. Woa? Hm? Ich hab wieder eine Trance an den Ding, ne? Ja. Du hattest Sex mit der Reproduktion, nicht? Du? Fire! Hey! Oh! Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Ich hab mich noch nicht mehr, ich hab mich noch mehr. Wof? Ja, doch. Ich bin ein bisschen großartig. Ah ne, also ah ne. Blödig. Da hab ich auch fast blöd. Das schlafen wir jetzt nicht mehr da. Ja, kein Problem. Ich bin gleich vorbei. What? Die kommen nicht so lange mehr. Ah, das ach man nicht. Das ach man nicht. Ja, 2, drei. Ja, 2, Both. Ah, das ist gut. so gibt es einen ich weiß es gibt es einen es gibt ein was? was ist ein das ist ich weiß okay das ist ein das ist das ist das ist ist die die schwarze war abstehen ist aber nicht mehr 3-4 mit der zweiten und vorlaufen so sind wir da kippen die schaubeutel die exenpreise Was wir an Ressourcen haben, unglaublich. Ich hab ja schon keine Kissen mehr gesammelt. Hab ich ja gemeint, ne? Echt schade, ne? Er hat jetzt noch weiter gesammelt und hätte mir bestimmt 50.000 gehabt. Ist echt schade, ne? Kann sein! Zum einen einen Kredit, ob wir Zeit kriegen, ne? Oh, das hab ich schon gesagt. Wieder? Hä? Glaubst du das Anzeigstück kriegen, ne? Ja, das hab ich auch schon das zweite Mal erzählt. Hey, das ist blöd. Anzeigstück. Ja, das sieht Sternen aus, ne? Wie sieht ein Wurfstern so aus, ne? Ah! Das hab ich noch gar nicht einzeln gezogen. Jetzt? Oh, ich glaub eigentlich schon. Ich hab's aber schonmal geschickt jetzt, ne? Weil ich's ja schonmal geschickt hab. Oh, ich glaub ich noch mal geschickt hab. Ich glaub ich noch mal geschickt hab. Ah... Das war's.